Hey und willkommen auf meinem Kanal. Marcel darf es. Servus mal. Heute gibt es ein neues Video und zwar möchte ich euch das Spiel zeigen Rustler. Erstmal ein fettes Dank an Gato Gaming, danke, dass ich bei seinen Community-Projektele 2 dabei sein darf. Um was geht es da? Es geht darum, dass man uns ein Spiel schenkt, was wir am 9.5. hochladen müssen. In das Let's Play oder als Let's Test. Und ich will dir erstmal ein fettes Dank an Gato, dass du das machst, weil du musst die Spiele auch selber kaufen. Mal Danke sagen. Ab ins Spiel. Bis dann Leute. Äh, okay. Das ist einfach eine Rakete. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Oder. A게. Ähm. sind wir der Typ der aus dem Boden liegt kann das nicht mehr oh ja mein Schädel droht wie Sau er dröhnt Sau ich hab scheinbar zu viel gefeiert ja das könnte möglich sein ne ruhig schaff's ja schon langsam nach vorne rechts links rechts links was passt nochmal äh wenn ich jetzt kurz gut Schub oder auch 5 Scheiße was ist da los oh wer wer da was ist denn weiter 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 oh auch kloppen was können wir wir können dann die oder ja 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 hau ihn nieder bin ich tot amt was amt 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 blocken blockhit b äh äh amt er amt er hi als was kennt ihr ach so lehrtaste er anhand so und jetzt geht und eben das Pferd zu bestellen das ist jetzt wenn das pferd einfach nur nicht und 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 ob ein Stockholzer mit einem Zuge Ich muss da hoch. Huiiii! Pferdchen! Einfach empfehle den Parkplatz. Bin ich überhaupt richtig? Nächste Frage. So, nein. Oh, ich bin noch ein bisschen schlapp. 0,8. Was? Äh, hopp. Ähm, hopp, hopp, hopp. Hallo, hallo, Hilfe. Ich packe! Ja, äh, ja, ähm. Die Spielschlagung ist in der Burgwand wahrscheinlich. Die Spielschlagung ist so ähnlich. Ich kategorisiere es mal so als Mean Game. Äh, ich reine mal einen Ball hinterher. Wäre auch nicht am besten. Oh, hooli! Oh. Keine Ansicht. Wie so? Ich habe mich vor. Ne. er hat ihn niedergeboxt schrecklich oh das könnte sein dass er ein bisschen kaputt ist als er sich die Stattdämpfschlagen die Lüttel kann Ja. Äh, und da. Ach ja. Äh, jo. Hier, das hat das. Aha. Hop, hop, hop. Ich denke, das ist ein Schiff. Oh. Äh, oh, Fiat! Oh. Ja, komm, Fiat! Ja, komm, Fiat! Da muss ich, äh... Oh. Echt? Lass die mich in Ruhe! Äh... Oh ja, hopp! Auf, Fiat! Äh... Äh... Wahrscheinlich... Ein ganzes... Jaau! Oh, okay. Na, woher muss ich? Ah, runter, ja. Ja, nein! Hallo? Il va? Voila? Ouf... Na. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh! Äh... hart ist aber groß was da runterreiten geil äh hopp nein einpacken wie ein GTA also äh so ja ähm hallo Hengst Gold das ist ein Hengstus aaaah hilf ah wir haben jo ja in Japan oh ja 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 je nach Hause um das Spiel zu speichern wo machen wir das ja 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 jetzt ja 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 Diesmal ist das noch etwas ernst, ich meine es wahrscheinlich. Hopp. Oh sogar, vielleicht ist es wirklich. Oh, abgepugert. Kommt. Ich stanz. Äh. Was ist das? Volles Pfundesn. Ich werde wieder mal. Nehm ich das vielleicht. Ich will wieder aufnehmen. Ähm. Okay. Was ist das? Was ist das? Hä? Die Punkte sind auch nicht gut gesetzt. Aber lustig ist das Spiel. Ähm. Linke. Aha. Die Seite. Ein. Das will ich. Ja. Wo ich nicht. So. Das ist egal. Willst du dich um meine Seite bitte? Nee. 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 Nein. Dann muss doch nachher los. Komm. Gib ihm Heldschutz. Ja. ja 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 halte Richtung hoch hoch nicht runter ich könnte gerade mit dem umgeritten bin aber ja wo ist denn der jetzt oh ich bin tot cool ich bin tot 3.3 laden wo an der was zum woher raum gibt mir andere waffe hopp 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 nachladen hopp fisch dich komm ich bin hier jetzt ja auch nicht die fern da für mich ließ und geht ja wie es Du, erst. Ähm. Okay. Welches, Futter? Was ist denn das? Zucker, Baby. Was ist das? Ich bin ertrunken! Yay! Damit, will ich jetzt mal sagen, wir beenden an die Folge langsam. Und, ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, auch wenn ihr mal schaut. Und, ich glaube, ich werde jetzt mit Leuten, und ich bin dann, bis dann, tschüss! Oh!